Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen bei einem neuen Video. Wir werden jetzt wieder eine neue Fahrt machen. Wir müssen den FC Bayern von Köln vom DFB bis nach Dortmund ins Bundesligaspiel fahren. Hier, guck mal, Lewandowski und der Robben. Gott, der Robben. Einmal auf dem Bus. Ich bin heute der FC Bayern Busfahrer und fahren wir dann mal die Kollegen hier abholen. So, da sind wir, glaube ich, schon. Ah, da sind die Bayern ja schon. Sie werden sich bestimmt freuen, dass sie einen neuen Busfahrer haben. Eine andere, die heißt in Rente gegangen. Das muss ich immer ersatzfahren, weil sie sonst keinen besseren Busfahrer gefunden haben. Nein, ich hab das Spiel so lange nicht mal gespielt, weil ich dann mal wie man die Tür aufmacht. Die so machen. Dann, ich schenke mal aus. Ach, hello. Schminken? Ach, krass. Nein, du kannst jetzt nicht schminken, einfach. Du musst du wenn du in den Dauern machen. Alles verschüttet. Danke. Jo, gerne. Und diese Staus in Köln, ne? Der Bus kippt gleich um. Ja, mein Ziel war heute, dass wir nicht umkippen eigentlich. Scheiße. Wo finde ich das WLAN-Passwort? WLAN gibt's heute nicht. Also ich konzentriere aufs Spiel und ich irgendwie mit WLAN gucken und komische Seitenhandsch klicken. Ach, ich bin falsch gefahren. Jetzt erst. Dann müssen wir eine Abkürzung machen. Wir haben aber quers. Wow, was war das denn? Jetzt bin ich schon wieder. Wir haben einen Bordstein, Mann. Ich bekomme keine Verbindung zum WLAN. Dann. Oh. Ja, dann. Musst du mal gucken. Dann fahren wir dann mal auf der Autobahn und gucken mal hier. Was ist denn hier wieder? Wo finde ich das WLAN-Passwort? Boah, ich schmelze hier drin. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? So, mein Führerschein? Wer sagt, dass ich einen Führerschein habe? Werden halt F-T-Bayern auf? Und gar nicht mich. Boah, ich schmelze hier drin. Ja. Tunert mit dem Bus in der Baustelle. Haben Sie nicht das Tempolimit gesehen? Nee. Da reicht es schon, dass du darauf achtest. Das ist vielleicht eine Schaukelei hier. Quatsch. Ja, da ist die Polizei. Jetzt sagen wir mal, wie wer fährt. Zack. Warum fahren Sie eigentlich so schnell? Ja, wir müssen im Spiel. Stopp. Polizei. Mann. Niemand hält den Pool im FC Bayern auf. Ich glaube es wohl. Das ist ja jetzt nicht an. Ich glaube ich auch schon mal ein bisschen auf. Können Sie auch geradeaus fahren? Oh ja, gehen wir in Adidas-Budovan. Ich bin gar nicht da. Sie fahren wie ein Idiot. Ah. Und sie meckern wie in der Zicke. Was soll ich sagen, hä? Pff, ähm. Sie sehen auf den Wald vor lauter Bäumen nicht, nicht wahr? Hm, ich... Ja, eigentlich... Äh... Ja, 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 du hast recht und ich hab meine Ruhe. Ja, so. Wenn wir gleich auf den Dortmund spielen, ne? Müsst ihr Slalom auch mehr auf... So, so. Immer die Leute austricksen, so. Dann zack. Dortmunder. Die Dortmunder alle austricksen, dann. Oh Gott, so gut. Dann hat sich gerade durch Wälderfahrt, deswegen... ...relekt. Und antäuschen. Sack. Kein Alkohol am Steuer. Oh, oh, oh. Was umgekehrt. Ist Ihr Navi kaputt? Ne, ne. Alles gut. Wir sind doch bestens ausgerüstet. Ich kann ja auch nichts dafür, wenn ihr mich nicht mögt. Ich bin ja auch nur... Finden Sie nicht, dass Sie ganz hören, heizen? Heizen? Ne, ne, ich heize eigentlich kühl. Also ich bin ja auch nur... ...naja, die Vertretung. Also ich hab gar nichts dafür, wenn ihr mich nicht mögt. Und sagt, dass den Trainer... ...wollt die Verwaltung. Ich bin aber geschleucht denn da. Lass gucken, wir gründen ein bisschen Rundfahrt. Machen wir hier. Eindeutig Rally. Nein, nein. Stadion, Fußball. Du musst gleich Fußball spielen, Kollege. Ich dachte, das ist ein Bus. Ja, und... Ja, das ist ein Bus. Ja, klar. Falsch gesagt. Alles verschüttet. Danke. Ja. Ach, no problemo. Muss ich hier ein bisschen drüften. Zart, Mann, zart. Haben wir gerade etwas überfahren? Ne, ne, war nur ein Bordstein. Glauben Sie? Jetzt mach ich ja die Laterne kaputt. War es sind Sie eigentlich immer so? Ähm... Das ist ein Bus und kein Hochseeboot im Sturm. Warum ist das jetzt hier so lang? Ach, da ist es ja schon. Hey, hey. Feuer, 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 Feuer. Da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Ja, ich weiß. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche ich euch noch ein schön... Ja. Ähm. Zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen, ne? Da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Ich hab's aber schon fast vergessen. Ähm, die Bewertung für unsere Leistung hab ich gerade bekommen vom FCB. Und ja, hier ist alles schön grün, ne? Machen wir mal hier zack, zack, zack. Wir sind überpünktlich, das ist doch alles gut hier so, ne? personally. Gehladen, alles da. Wehm, Verkehrsregeln. Verlenken. Umzeit, jaja. sachen 12 das geht ja noch passanten haben wir nicht verletzt ist schon mal gut unfälle 15 wir haben uns nochmal geblitzt ist schon mal die straße geblieben 1,8 dann ja das ist ja dann ja ja rotscheine nur drei sicherheitsabstand nicht eingehalten 15 mal ja das ist doch aber dann wünsche ich noch jetzt wirklich einen schönen tag ich bin jetzt weg und hatte rein